Ich bin Philipp Wollmann von DIVE und wir machen eine großartige neue Inspektionstechnologie für die Halbleiterindustrie. Mit unserer Lösung ist es möglich, dass wir die Produktion in der Halbleiterfertigung, in der Wafer-Produktion kostengünstiger und zuverlässiger machen. Hinter DIVE steckt eine spektroskopische Technologie. Unsere Augen gucken in drei Farben. Wir können in 1000 Farben gucken. Das heißt viel, viel detailreicher und genauer, als man das mit herkömmlicher Inspektionstechnologie kann. Das Ganze wird dann noch mit KI kombiniert, um die Daten auswerten zu können. Der Bedarf in der Halbleiterindustrie ist tatsächlich, dass viele Methoden nur stichprobenhaft arbeiten. Wir können das Ganze flächig machen. Unser Geschäftsmodell bei DIVE ist der Verkauf von Systemen, die sowohl im Labor stehen können, als auch dann automatisiert in die Linie gehen können in der Halbleiterfertigung. Zudem gehört die Software natürlich mit dazu, die wollen perspektivisch ausbauen hin zu Cloud Computing-Lösungen und On-Demand-Lösungen, wo dann die Kunden auch sehr gezielt gewisse KI-Algorithmen und Modelle einfach nutzen können. Meine und unsere Vision ist es, diese Technologie in den nächsten 10, 15 Jahren tatsächlich in das Mobilgerät eines jeden Einzelnen hineinzubekommen. Es gibt ein paar großartige Ansätze, diese auch zu miniaturisieren. Und es freut mich jetzt schon, dass wir diesen Weg in den kommenden Jahren gehen werden.